Hi und willkommen zu Folge 22 von BINWEK BULDERN und zu Teil 4 der Reihe mit Athleten der Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich habe beim Boulder Bundesliga Finale in Hamburg ein paar der Athleten zu kurzen Interviews getroffen und zwar auch Luisa Thomas. Sie hat dieses Jahr den vierten Platz im Finale gemacht und wenn du wissen möchtest wie sie trainiert und wie sie stärker wurde, dann bleibt dran. Bevor es um Luisa geht, kurz noch was zu mir und meinem Podcast. Hinter BINWEK BULDERN steckt eine Menge Spaß und auch eine ganze Menge Arbeit und ich habe beschlossen nächstes Jahr noch mehr an diesem Projekt zu arbeiten und ich will einige Themen angehen, für die ich bisher einfach keine Zeit hatte. Wenn du Lust hast mich dabei zu unterstützen, dann schau einfach mal vorbei auf meiner Webseite www.binwekbouldern.de. Ich habe eine Kampagne gestartet, mit der du mich mit einem Beitrag deiner Wahl monatlich unterstützen kannst. Im Gegenzug gibt es Extras und Goodies von BINWEK BULDERN für dich. Vielen Dank an alle, die mich jetzt schon supporten, nicht nur finanziell, sondern auch indem sie meine Podcast-Folgen hören, indem sie mir folgen, mich weiterempfehlen und so weiter. Ihr seid großartig und ihr sollt auch nicht länger auf die Folge warten mit Luisa Thomas. Viel Spaß! Hallo, ich bin die Luisa. Ich komme aus Ravensburg, bin 19 Jahre alt. Trainieren tue ich eigentlich meistens im Blöckle in der Boulderhalle in Ravensburg. Da arbeite ich auch. So als Nebenjob eigentlich bin ich Studentin und ich studiere Lehramt für Sekundarstufe eins, also fünfte bis zehnte Klasse mit den Fächern Mathe und Bio. Genau und also wenn ich nicht boulder, dann tue ich auch ganz, ganz Seilklettern und da trainiere ich in der Kletterbox in Ravensburg. Und also zum Bouldern bin ich durchgekommen, weil meine Eltern klettern beide. Und dann bin ich eigentlich immer als Kind schon mitgenommen worden und habe, glaube ich, dann mit zwei oder so meine ersten Kletterschuhe bekommen. Die habe ich so immer noch. Das sind die einzigen Kletterschuhe, die keine Löcher haben. Genau und bin halt als kleines Kind schon immer so im Baby-Safe an einen Baum gehängt worden am Fels. Also eigentlich hatte ich ja gar keine andere Wahl. Ich habe immer zugeschaut beim Klettern und habe dann irgendwann selber angefangen. Aber du würdest jetzt sagen, dass das auch nicht besonders schlimm war? Nein. Nee, ich fand das cool, weil dann hat man auch so ein Familiending, was alle zusammen machen können. Und ich glaube, wir uns klären echt alle. Meine Schwester bouldert auch. Genau. Warum bist du ein Jahr lang für die Boulder-Bundesliga durch Deutschland gereist? Weil man verschiedene Leute kennenlernt. Vor allem halt auch bei den Kick-Offs sind ja dann mehrere Leute und dann kann man mit denen zusammen bouldern. Vielleicht, was ich ein bisschen schade fand bei den verschiedenen Stationen, dass doch jeder so in Grüppchen zusammen war. Also die, die aus einer Halle kommen. Also die bleiben dann einfach oft in einer Gruppe und dann da so als Einzelperson mit reinzukommen. Das finde ich mal schwierig. Und vor allem, weil leider nicht so viele in der ersten Liga da mitmachen. Da fände ich es schön, wenn einfach mehr mitmachen würden. Und man muss ja nicht unter den ersten Zehen also landen. Das kann ja jeder mitmachen. Ja. Einfach sich dann auch mal trauen. Und es gibt ja genügend, die auch in der ersten Liga mitmachen könnten. Also auch aus der zweiten Liga. Was hat dich zu einer besseren Boulderin gemacht? Ja, also viel mit anderen zusammenbouldern, finde ich, bringt viel. Und eben denen ihre Lösungen auszuprobieren. Und also ich kann relativ gut Plattenklettern. Und jetzt bin ich gerade dabei, meine Überhangstärke ein bisschen zu verbessern. Das kann ich nicht so gut. Körperspannung und so. Und also von dem her versuche ich halt auch im Training da ein bisschen ranzukommen. Also ich mache zurzeit relativ viel Campus-Bord und dynamische Sachen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man zu viel Kraft trainiert, neigt man dazu, sehr statisch zu klettern. Und wenn man das dann aber wieder an der Wand versucht, ein bisschen dynamisch umzusetzen, dann bringt es was. Was mich zum Beispiel persönlich besser gemacht hat, ist, ich habe ja diesen Tennisarm irgendwie dieses Jahr gehabt. Und danach habe ich dann angefangen, mich mit Ausgleichstraining ein bisschen zu beschäftigen, um das Tennisarmproblem zu lösen. Habe dann aber dadurch gemerkt, dass ich besser geworden bin, dann wiederum im Bouldern so allgemein. Also hattest du auch mal irgendwie sowas, wo du gemerkt hast, ey krass, du hast das jetzt gar nicht wirklich trainiert wegen dem Bouldern, aber es hat dich dann plötzlich besser gemacht. Naja, ich bin früher Kunstrad gefahren, ich glaube, bis ich 15 war. Und da braucht man halt auch ein ganz gutes Körpergefühl. Und ich glaube, deswegen bin ich auf Platten ganz gut, weil man da ja auch ein Körpergefühl braucht. Und da habe ich ja jetzt auch nicht direkt gesagt, ich trainiere jetzt Kunstradfahren, damit ich besser im Bouldern werde. Das hat mir halt einfach Spaß gemacht und ich habe es nebenher als Training nutzen können sozusagen. Und ansonsten, ich versuche beim Aufwärmtraining immer Dehnübungen mit reinzubringen und auch, also mir persönlich hilft Ausdehnen ganz viel, dass ich am nächsten Tag nicht so viel Muskelkater habe. Wie trainierst du? Ja, also meine Trainingsroutine sieht so aus, dass ich versuche, Krafttraining und Bouldern nicht an einem Tag zu machen, sondern zu trennen und auch eher nach, ich sag mal, Kraftregionen, also ob ich jetzt eher was für die Schulter und für die Arme oder vielleicht Fingerkraft mache oder ob ich jetzt meine Sprungkraft trainiere, dann schaue ich immer, dass ich, wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag oder so habe, gucke ich, dass ich eher was mache, was mir Spaß macht. Und wenn ich dann wieder motiviert werde dadurch, dann vielleicht noch was machen, was ich trainieren sollte, was mir nicht so viel Spaß macht, dass ich da dann noch dran arbeite. Das war Luisa Thomas mit ein paar echt guten Einblicken in ihr Training und mit Tipps, wie man besser werden kann im Bouldern. Ich habe nicht nur mit Luisa gesprochen, sondern mit noch mehr Athleten der Boulder-Bundesliga. Ein paar Folgen sind schon online und ein paar Folgen kommen noch. Also bleib einfach dran, abonnier kostenlos meinen Podcast, folg mir auf Instagram, Facebook oder Twitter und verpass die nächste Folge nicht. Also bis dann, schön, dass du zugehört hast. Juliane mein Name und ich bin Vic Bouldern.